Jo Leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Für alle die beim Stream nicht dabei waren, schämt euch folgt mir auf Twitch, Link dazu in der Videobeschreibung, wird es diese Woche in dem Video hauptsächlich um Yoshi's Island gehen. Das Game ist ziemlich nice, allerdings auch ziemlich, ziemlich, ach keine Ahnung, guckt einfach selber. Wenn ich reich durch YouTube werde, wirst du, und durch Twitch werde, machst du auch einfach und dann machen wir zusammen. Ja man, das Kfz, das ist es. Boah, warst du jetzt schon zu Ende? Okay nein, ich war schon traurig. Kfzisierung. Nein, ich bin untergefallen. Okay, das war geil. So Digga, weißt du was ich mein? Yoshi verwandelt sich einfach von einem Dinosaurier in ein scheiß Auto. Und wird das alles noch nicht reichen, kann Yoshi sich auch einfach noch in einen Helikopter, in eine Eisenbahn und in ein verdammtes U-Boot verwandeln. Digga, was in ein U-Boot? Okay, das U-Boot, das ist es. Das möchte ich noch mal, das möchte ich noch mal genießen. Bisher das niceste Vehikel. Stirb! Oh! Oh! Shit! Fahr! Jawoll! Ich nehme jede verdammte Coin mit. Wichtige Coin. Ja man, zieh durch U-Boot! Hehehehe! Nice! Oh! Jeez! That was close! Okay, da kann ich mich wieder zum Yoshi machen. Möchte ich das auch? Eigentlich nicht, aber... Machen wir mal besser. Oder guckt euch einfach mal folgende Szene an. Hahaha! Hä? Muss das so sein? Okay, okay. Wir haben uns jetzt genug lustig über das Spiel gemacht. An sich ist das Game extrem geil. Auch die Bossgegner sind extrem nice und es ist deutlich schwerer als ich anfangs geglaubt habe. Das ist... Das ist... Okay! Danke Nico, entgegenwie nicht gestorben. Nooo! Diesmal sterbe ich wirklich nicht. Ich hab gar keinen Bock das alles nochmal neu zu machen. Yoshi, warum fliegst du nicht? Sei mal ehrlich. Warum tust du mir das an? Diesmal sterbe ich wirklich nicht. Ready! 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 Yo! Und am Mittwoch haben wir noch Mario Kart zusammen mit Diddy, Torben, Joker und Lily gezockt. Ach und für alle die nicht checken, warum ich Englisch rede, ich hab mit den Kanalpunkten eingestellt, dass die Zuschauer sich wünschen können, dass ich zum Beispiel 10 Liegestütze für 10.000 Kanalpunkte mache oder für 20.000 Kanalpunkte einfach mal ein bisschen Englisch rede. Nooo! I got some mushrooms! You are a mushroom! Yes, that's right. You're a big mushroom. Why am I a big mushroom? I don't know. Oh, Diddy? 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 Oh! You're so dumb! I'm back. That's wonderful. He's mad, she's mad. She's mad? No, he's mad. He. Oh, 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 oh! Can you make Kanalpunkte reward? For Bewegung zuerstellen? Englisch ist vorbei. Sure, that's a good idea, Anya. Englisch ist vorbei. Englisch ist vorbei, that's a good idea, Anya, can I do. Ich wollte auch noch von Didi, meinte noch, dass man nur noch einen Reim sprechen soll, das kann man auch. Ich liebe es. Oh, JANIS! JANIS! DIGGA! Big Mac bann den direkt für zwei Wochen, DIGGA. Thorben, du bist so ein scheiß Bot, ne? Du bist so, Didi, du bist auch, Didi, du bist auch so ein scheiß Bot, ihr seid solche scheiß Bots alle. Ich hab halt in die falsche Richtung geflüchtet. Ach hör auf, so ein Bot zu sein Thorben. Ich denk extra nach rechts, ach komm halt. Ja, war gerade eben letzter. Ja, ja, sorry, dass ich keine Items verwenden darf. Okay, sorry. Er frontet mich damit. Du wärst wahrscheinlich sogar 13 Tage geworden, Thorben. Das Manker mit des Kiebeln vollgespuckt. Jaja, vollgespuckt. Obst. Wichtig, JANIS. Obst. Vitaminreiches Obst. Nochmal Obst. Ja, JANIS direkt zweimal Obst. Torben auch Obst. Nochmal Obst. Nochmal Obst. Torben und Matthias Obst. Fünfmal Obst. Sechsmal Obst. Ja, Obstleistung. Siebenmal Obst. Achtmal Obst. Neunmal Obst. Zehn. Schirin Obst. Schirin Obst. Schirin Obst. Rudi Obst. Sein Video wird auf jeden Fall den Titel Obst tragen, nehm ich mir jetzt schon sicher. Neunmal Obst. Neunmal Obst. 20 Minuten Obst reinschneiden. Obst. 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 Bis zum nächsten Mal.